Willkommen zurück zu World of Warcraft mit dabei! Ein sehr sportlicher Amiga-Link. Hallöchen! Und... Ach du, heilige Kuh. Move! Ne, das ist mir zu viel, ich bin weg. Das ist mir zu viel. Ne. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Mach nach oben hin. Okay. Ja. Questen, 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 questen. Wir sind ja immerhin schon Level 93. Ja, es geht voran. Geht das voran? Es geht voran. Es dauert nur 3 Stunden. Tatsächlich, wir sind 93. Wow. Ja, nur wir sind im Level. Da kann Legion kommen. Komm mal, was wolle. Das... Ist ja schon fast da. Wollte grad sagen, steht ja schon fast vor der Tür. Ist ja jetzt von hier aus noch... Zwei Wochen. Ungefähr. Oh, geht schnell. Mal sehen, ob wir bis dahin 100 werden. Bei uns am Quest-Tempo. Hm. Hm. Wieso? Ja, wenn Amiga link und ich cheaten, dann passt das, ja. Du kannst ja noch nicht fliegen, hab ich gehört. Ne, ne. Ich trinke nicht so viel Red Bull wie ihr. Okay. Das wird er auch in den drei Wochen nicht mehr schaffen. Ja. Wir können ja mal nett sein. Wir beide können uns ja mal im Dschungel ein bisschen rumtreiben. Wenn du meinst und verstehst, was ich meine. Hm, ja. Da brauchen wir aber viel Glück. Ne. Oh, zwei. Zwei hab ich ja schon. Ne, ne. Don't do it. Fehlt aber noch ein bisschen mehr, ne? Lohnt sich doch nicht. Es lohnt sich doch nicht. Es lohnt sich doch nicht. Es lohnt sich nicht. Ach, fliegen können ist immer gut. Eine Blume auf der linken Hand, Amiga link. Ich hab's gesehen. Du musst da noch skillen. Hart Backbord. Hart Backbord? Ja. Ey, ich sitze auf dem Schwein, Kollege. Das ist kein Schiff. Ach so. Sieht aber fast so aus. Schiffsschwein? Äh, Schweinschiff? Ne. Ne. Schwein gehabt auf dem Schiff? Nein? Okay. Ne, ne. Dann nicht. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Nein, nein, nein. Ich muss grad überlegen hier. Wenn wir dann irgendwann mal hier mit dem Frostfeuer grad durch sind, dann könnten wir theoretisch... Äh... Ja? Weiß nicht. Je nachdem was für ein Level wir haben, aber wir könnten theoretisch schon Talador vielleicht. Oder? Talador? Mhm. Dann umgehen wir gleich Gorkond. 94, 96. Logisch. Na? Also rein aus Garnisionssicht müssen wir sowieso alles machen. Ach, Ruhe da hinten. Garnison. Garnison. Wir machten schon die Garnison. Garnison. Da könnte ja jeder kommen. Oh, da ist... Da ist... Ramob. 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 Oder Event. Oder wie auch immer. Ähm... Ne, Ramob. Ist über uns. Ist über uns. Da muss ich erstmal hochkommen. Wart mal, bleib mal hier. Ah, da ist er. Ich seh ihn. Ihr müsst von oben, von der anderen Seite reinkommen. Oder? Ne, da unten ist auch ein Höhereingang. Wart mal. Gucken. Gucken. Ich kann fliegen. Ah, hier. Hier links ran. Hier, hier, hier. Das Mount gefällt mir nicht. Aber ich kann fliegen. Gucken. Sind da. Wer noch. Ist er da. Okay. Töte ihn. Töte ihn. Bin dabei, bin dabei, bin dabei. Ich guck zu, ich guck zu. Das machst du schön. Ja, guck du zu. Wie ist das so, wann zugucken? Ist er tot. Oh, sehr schön. Äh, Schamanenstein mal anklicken, rechte Hand. Stoff... Speine hier. Warum Schamanenstein mal anklicken? Guck, 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 guck. Also ich hab schon einen Ruf. Ach da. Alle fünf ergibt einen Erfolg. Irgendwann? Irgendwann. Ach so. Dann wusste ich gar nicht. Ungültiges Ziel? Ist er doof? Frag doch einfach nochmal. Yay, er ist, was meinen Namen trägt. Yay. So, dann kann ich hier auch... Ey, fass du mich an und du fängst an zu brennen, Kollege. Ach, ich hab doch echt Eisenerz. Nee, da war kein... Ach, das waren Nuggets. Oh. Nuggets? Ja. Chicken Nuggets. Und da brauch ich zehn, um das zum Erd zu machen. Das ist auch so beschuldig. Oh Gott. Blümchen. Oh mein Gott. Ich falle. Ich auch. Aber diesmal mit Tod. Verdammt, wo ist das Blümchen? Weil ich dachte, ich würd's noch schaffen. Hey, dreht mal um. Kratz mich mal auf hier. Wieder Blümchen suchen. Ach nix, Blümchen. Was hab ich gemeint? Wiederbeleben. Ich bin auch ein Blümchen. Ja. Abgemagerte. Ne. Hab ich Agro? Ich hab Agro. Ich steige nicht ab. Weg, weg, weg. So, jetzt aber zum Quest. Dingens. Gedöns. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Da! Guck, Karte! Da unten ist ein Fragezeichen. Wo ist hier nix? Dir auch nix. Also auf meiner Karte ist da ein Fragezeichen. Ja, auf meiner Karte ist auch eins. Aber nicht hier, direkt da wo du warst. Ah, hier seh ich eins. Schafrappin! Fragezeichen voraus! Äh? Ja, hier! Ach, hier hinten? Ach! Ja, wir starten ja hier erst. Was ich weiß, geht jetzt. So. Dann macht mal Hine hier. Ich bin bereit. Töte ihn mal. Ja, ich auch. Lasst sie leiden. Mein, äh, Vater, äh, wird, äh, mich, euer Vater noch trauern, so wie ich getrauert habe. Uuuuh. Benachrichtigt das Rudel. Die Söhne des Eisenwolfs sind aufgespürt. Vermutlich eine Pflanze! Eine Pflanze! Ach du, hast ja geholt. Ruhe! Ja, ist wieder die Dinges. Einmal mit Profis. Ja, das ist, weil die Pflanze länger steht, als sie gepflückt wurde. Das sag's jetzt nur so. So, dich sollen wir töten, ja? Das ist zumindest die Krass, die ich mit meiner Eule zweimal machen musste, weil sie nicht funktioniert hat. Okay. Warum denn? Ja, keine Ahnung. Das hab ich mir gedacht. Kann sein, dass ich zu früh abgehauen war, als der hier stundenlang gelabert hat. Seid ihr das? Ich dachte, wir hätten euch bereits getötet, wenn ihr wie ein braver Hund darum bettelt, ist mein Vater vielleicht in der Lage zu identifizieren, was von eurem witzigen Schäden üblich ist. Darf ich jetzt töten? Nee, jetzt ist er tot. Oh, langweilig. Einmal mit Profis. Du darfst aber jetzt die anderen töten. Ja, das will ich ja gar nicht. Die haben mir nichts getan. Der andere starrt mir im Weg. Oh, ich hab ein Questgegenstand gekriegt. Müsst ihr hier ein Fläschchen? Ach, Alchemie. Ja, ey. Er hat Alchemie gedürzt. Ich hab eine Flasche. Du hast jetzt Berufe, ne? Ja, ich hab einen Beruf. Wow. Dann musst du mit der Quest in den Turm, in dem wir in letzter Folge waren. Oder vor letzter Folge? Keine Ahnung. Vor vielen, vielen Folgen. Ich hab doch Angst vor Türmen. Ich soll's nicht türmen. Ich hol mir mal Eisen. Jo, bis gleich. Ja. So. Also es ist meins, 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 meins. Action! So, jetzt hab ich auch ein Erz. Jetzt kann ich auch hier das Schild hier kwarften. Oh, warum zieht der mich rüber? Weil er es kann. Hat er bereut. Wie, was, wo? Immer da losen. Mach das. Da glitzert so viel. Blink, blink. Bling, bling. Blinktron? Möglich. Hast du einen? Nein, ich bin kein Erz. Wo, da hinten. Ich will pflanzen, furzi. Warum hast du keinen? Das wär doch mal interessant. Ja. Den nervigsten Beruf, wie ich finde, und du hast ihn nicht. Nee, da haben wir genug an der Gilde. Warum eigentlich? Warum haben wir die in der Gilde? Nein, warum haben wir da so viele Ingies? Weil wir einen Member haben, der meint, ob jedem Charakter muss ein Ingie haben. Okay. Bramob, Bramob. Was? Oh. Da. Oder Event. Nordwestlich. Schluchteismutter. Aber wir sollten erst mal diese Quest hier weitermachen. Ach. Bramob. Ich spreche aus Erfahrung. Bramob. Geh alleine, Bramob. Kloppen. Ich mach die platt. Wir machen die anderen hier mittlerweile platt. Ja, das zählt sogar für mich. Das, das sind hier immer die Richtigen. Den wollte ich doch gar nicht. Okay, was bist du da mit? So, come up down. Und gib mir Eismuttermilch. Was für ein Ding? Eismuttermilch. Muttermilch? Ja. Benutzen. Erhalte 25 Garnisierungsressourcen. Okay. Toll. Hat sich ja gelohnt. Alles anschießen hier und töten. Er hat mich ignoriert, hast du gesehen? Ja. Steht du auf Ignore? Das ist doch toll. Ich laufe da einfach mal durch, ne? Geh einfach mal weiter. Ja, mach du. Regen. Was? Regenerieren? Ramob, Ramob. Ach, da kommt er. Ramob. Ramob hier, Ramob da. Ich muss weg. Ja. Der andere Ramob ist auch wieder da, glaube ich. Ach, die Jägerin. Ich muss da hin. Bin schon da. Ich warte auf euch. Hi, Abiger Link. Hi. Bin auch gleich da. Wo ist der Keks? Ja. Der kommt da angerannt. Nein. Das sah gut aus. Schnauze voll hier. Geht doch alle sterben. Zaftsäcke. Ich mach mal ein bisschen Regen bei dir. Geht nicht? Geht nicht? Der ist schon tot. Ich muss Marotta looten. Ich wollte ja nur ein Heilungsregen machen. Ja, der glitzert ordentlich da unten jetzt. Pull. So, dürfen wir draufhauen? Pull. Okay, cool. Ich bin aus der Reichweite. Ramob haben wir auch mal mehr was ausgehalten. Ja. Toll, ein Trophäengürtel. Geht voll Gott von mir, komm her hier. Es gibt Regen. Nee, dein Regen will ich nicht. Der heilt nicht. Nee. Nö. Nö. Mach du meiner. Was machen wir hier eigentlich? Vorräte zu stören. Mach tot, mach kaputt. Bin dabei. Das kann ich. Wir kriegen Besuch. Boah, hier drin ist schon jede Menge. Mach aber nicht die Tür auf. Na, alles kommt mir nicht in die Tüte. Was ist das für ein Zeinrädchen hier? Ach so. Okay. Irgendwas ganz tolles. Es war ein Buff. Yay. Buffs. Schaden um 25% erhöht. Ich hab gehört, man braucht heutzutage keine Buffs mehr. Ja, nicht wirklich. Kann ja auch keiner mehr buffen. Ja, deswegen ja. Braucht man ja nicht mehr. Hier. 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 Was denn? Schatzi, Schatzi, Schatzi. Ach so. Schatzi? Gatzi? Ach. Ja. Ach, der Schatzi. Keks, kommst du hoch? Hier mich auch. Erstmal alles pullen hier, weißt du? Dann sowas. Na gut, dann komm. Ich schaff's doch eh nicht. Das stimmt. Du, du Krüppel. Selber. So, meins. Toll. Klippensprengerstiefel. Kettenrüstung. Wer trägt denn schon Kette? Zu Amiga Link rüberguck. Amiga Link, ein Frostfurt. Ziemlich unbewacht. Ein Frostfurt? Wo, wo, wo? Linker Hand. Da, geradeaus. Ah, ich sehe ihn. Hey, Questgeber. Hey. Hey. Hast du den Questgeber gesehen? Ja. Ich hab ein Fragezeichen. Hm, wir haben auch Quests. Oh, verdammt. Oh, ja. Endlich mal ein neues Schild hier. Lasst sie leiden, Frostfurt. Hey. Befreit die Grons. Für das Imperium. Der Kekse? Meinetwegen auch das, ja. Okay. 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 Und natürlich nicht vergessen, hier die Artefakte einzusammeln. Was du gerade schon machst. Ja. Aber es liegt auch für mich noch da. Ich hab's. Ja, ja. Es ist ziemlich viel da. Hier ein Halsband. Dann Sack. Passt. Ja, ich lasse Artefakte auch immer so rumliegen. Meine Artefakte, die ich so habe. Mein PS4 ist auch so ein Artefakt. Da. Meins. Und nochmal meins. Und Jagdhorn. Kann man ja alles mitnehmen. Ich hab dich gerade mit einem Paladin verwechselt. Was? Wie kannst du nur? Wird nie wieder vorkommen. Das will ich aber auch hoffen. So was unwürdiges. Jetzt fühlen sie die Paladin wieder angegriffen und wollen mich alle in PvP voll fertig machen. Was ja jetzt auch nicht so schwer ist. Paladin mit Nasenschwäche. Das hast du gesagt. Ach, ich hab ne Elite. Deswegen hält der so viel aus. Warum machst du da ne Elite? Ja, weiß ich auch nicht. So ein Frostfeuerkorn oder was? Der meinte mich gerade. Ja, ja. Er meinte mich beim Blumenpflücken zu stören. Ja. Du meinst. Du hast ihn gestört, während er auf ein Blümchen drauf treten wollte. Hier, Frostfurtz. Das kann sein. Ich hab schon wieder einen. Verdammt. Nimm ihn mit. Nimm ihn mit. Sehe ich aus wie ein Pflanzenflöcker? Äh, weiß ich nicht. Kommst du mir doch. Gib dir einen Tipp. Mach der mit mir. Nein. Ja, schmeiß mich in den nächsten Elite rein. Du bist schon ein Hellert. Ich brauch noch irgendwo ein Artefakt. Ich brauch noch mehrere. Nimm ne Schaufel. Buddel ein bisschen. Die Elite schmeißen mich ja hier ständig hin und her. Ich hab Archäologie nicht gescaled. Da hinten ist eins. Das heißt, ich darf wieder Crest abgeben? Nein. Du musst weiter da gegen die Elite kloppen. Arbeitstrupps bereit. Äh, ich hab deine Pflanze geklaut. Yay. Jetzt bist du auch noch Pflanzenpflücker. Den Alchemist an der Pflanzenpflücken ist schlecht, ne? Boah, ich hab... Du hast vorhin gesagt, du hast nur einen Beruf. Jetzt hat er schon zwei. Ja, ich bin gut, ne? Nein. Du bist ein Old Gothic. Nicht gut. Ich bin ein Old Gothic. Dann bin ich besser. Nein, Old Gothic. Hm. Wer bist du? Mammut. Sag mir deinen Namen. Ich sag dir, wie du heißt. Ja. Immer mal diese flachen Witze weglassen, ne? Nee, ich mach's ja selber. Ja, siehste. Das ist auch ein Grund, warum wir zusammen spielen, glaube ich. Nein, das halte ich für unwahrscheinlich. Ja, doch, doch, doch. Nee, nee, nee. Einige Gemeinsamkeiten haben wir, ne? Nee. Du bist klein, ich bin groß. Tolle Gemeinsamkeit. Ja, irgendwie stimmt das nicht. Was ist hier, Amiga Link? Was willst du? Ich bin hier ein Artefakt am Aufheben. Hm. So, Artefakte hab ich jetzt. Ich warte dann auf euch hier. Mir fehlt noch so ein gefangener Gron. Ja, dann hau doch tot, die Dinger. Steh doch genug rum. Einfach nur mal Flächenschaden reinhauen. Was? Wenn ich noch vernünftigen Flächenschaden hätte. Hast du nicht? Warum nicht? Da keinen vernünftigen. Warum nicht? Das frag mal Blizzard. Blizzard, warum denn nicht? Hat der jetzt gezählt oder hat der... weiß ich nicht. Ja, kann sein. Ja, kann sein. Hey, der ist gut. Der musst du bemerken. Geh einfach mal abgeben. Ja, gib mal ab. Ich warte immer noch auf euch hier. Ich warte die Bestie. Frostwölfe, tötet den Gron, findet den Feigling. Äh, für das Imperium. Für die Gegenteilchen. Äh, bin blind. Da ist nichts Neues. Vorher kann sein, da können wir nichts für. Das sind wir nicht anders von dir gewohnt. Ja, ja. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Wenigstens einer. Einer muss, ja. Dummdi, 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 dumm. Wo ist der Keks? Hier. Das ist doch noch nicht fertig. Hm? Das ist doch noch nicht fertig. Doch. Ich komm jetzt raus. Ich bin unterwegs. Das Fragezeichen ist hier unten, ne? Ja. Ja. Verlauf dich aber nicht, Kleiner. Wär ich? Ja, ja. Pass schon. Ach nee, du bist ja ganz klein. Ach so.